Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte Ein herbstlicher Tag in Norwegen startet oft mit einem kühlen, klaren Morgen. Der Tau auf den Wiesen und Blättern der Bäume funkelt im ersten Sonnenlicht des Tages. Die Luft ist frisch und gibt ein erstes Gefühl auf den bevorstehenden Winter. Doch bevor die Weihnachtsdeko wieder aus den Kisten geholt werden kann, gibt es noch ein anderes Fest, das mittlerweile viele Menschen feiern. Dass die Menschen ordentlich gruseln und unheimliche Stimmung verbreiten soll. Halloween. Ohne Elisabeth und ihr Ehemann Tom sind um diese Zeit mit Freunden in Oslo unterwegs, der Hauptstadt Norwegens. Gemeinsam wollen sie sich das satirische Musical The Book of Mormon im norwegischen Theater ansehen. Kurz nach 20 Uhr hebt sich der schwere Vorhang und die Show beginnt. Knapp zwei Stunden später endet die Vorstellung unter großem Beifall des vollbesetzten Theaters. Ohne Elisabeth und Tom haben jetzt eine gute halbe Stunde Autofahrt nach Löhrenskog vor sich. Dort lebt das Ehepaar seit fast 40 Jahren. Der nächste Tag, ein Mittwoch, der 31. Oktober 2018, beginnt wie jeder andere Wochentag auch. Tom liest wie jeden Morgen die Zeitung und trinkt zwei Tassen Kaffee. Seine Frau, Ohne Elisabeth, sitzt in ihrem Sessel, als sich Tom gegen 9 Uhr auf den Weg zur Arbeit macht. Er verabschiedet sich von seiner Frau, steigt ins Auto und fährt gute 10 Minuten in den Futurum Business Park. Dort befindet sich nämlich sein Büro. Etwa viereinhalb Stunden später fährt Tom wieder nach Hause. Dort kommt er um 13.30 Uhr an und bemerkt direkt den Holzklotz, der vor der Haustür liegt. Komisch, der liegt da normalerweise aber nicht. Ein nicht so erklärendes, komisches Bauchgefühl keimt in ihm auf. Der Klotz fühlt sich fast wie ein unheilvolles Zeichen an. Im Haus erwartet ihn dann eine unheimliche Stille. Keine Spur von Ohne Elisabeth. Tom ruft laut nach ihr und sucht sie im ganzen Haus, im Obergeschoss, in der Garage, sogar im Keller. Zurück im Hausflur bemerkt er dann plötzlich die nächste Unregelmäßigkeit. Dort, auf dem roten Stuhl, zwischen dem Eingang zum Keller und einem Raum im Erdgeschoss, springt ihm der Gegenstand wie ein rotes Warnsignal ins Auge. Auf dem Stuhl liegt ein Umschlag. Tom nimmt den vorsichtig in die Hand und öffnet ihn. Der Brief, der sich darin befindet, lässt auch das letzte Fünkchen Hoffnung schwinden. Der Anfang, der dort in gebrochenem Norwegisch geschrieben steht, verschwimmt fast vor seinen Augen. Dort steht, wir haben ihre Frau Ohne Elisabeth. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte mit Patrick Strohbusch und Und mit Anne Lukmann, hallo! Willkommen zurück! Kannst du dich noch daran erinnern, was du am 31. Oktober 2018 gemacht hast? Also der Tag, an dem Tom den Brief zu Hause gefunden hat? Ich bin meinen Kalender bis dahin zurückgegangen, aber um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht mehr. Ich bin auch ganz schlecht in so, was so Feiertage angeht. Ist das in Berlin ein Feiertag? Wahrscheinlich nicht. Berlin hat ja die wenigsten Feiertage überhaupt, deswegen, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber wahrscheinlich nicht. Also so oder so, ich sag jetzt einfach mal, ich hab bestimmt vorbildlich studiert, so wie ich es hätte machen sollen, ob es ein Feiertag war oder nicht. Ganz bestimmt, da bin ich mir auch sicher. Was war es bei dir? Ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, weil Stichwort Halloween war damals auch bei mir an der Tagesordnung, weil ich vor meinem Podcast-Leben als Künstlermanagerin gearbeitet habe. Und da war ich mit zwei Künstlerinnen gerade auf Live-Tour. Die haben in deutschen und österreichischen Städten ein Bühnenprogramm gehabt und an dem Tag war unsere Show oder was heißt unsere, ihre Show in Salzburg und das war die große Halloween-Show. Und das war was ganz Besonderes, deswegen kann ich mich eben noch genauso gut daran erinnern. Vielleicht habe ich auch kurz im Kalender geschaut, aber dann war mir wieder sofort klar, was an dem Tag passiert ist. Und ich finde das immer so verrückt, wenn wir hier über die Fälle sprechen und ich dann, wenn ich da natürlich schon gelebt habe zu dem Zeitpunkt, mir eben überlege, wie alt war ich da, was habe ich da gemacht und was war das für mich für ein Tag, was war das für ein schöner Tag, während das eben so wie in dem Fall für andere Menschen ein furchtbarer Tag war. Und das zeigt auch nochmal an der Stelle, dass wir hier über echte Fälle sprechen, das sollten wir nicht vergessen, ja. Und was mich ehrlich gesagt auch an dem Fall überrascht hat, war, dass es uns überhaupt nach Norwegen verschlägt, weil Norwegen ja auch als eines der sichersten Länder der Welt gilt. Und zudem ist Norwegen mit seinen malerischen Fjorden und den sattgrünen Wäldern für viele eigentlich so dieses friedliche Naturidyll. Vielleicht sind die skandinavischen Länder ja auch gerade deswegen für ihre guten Krimis bekannt. Da, wo wenig Schreckliches passiert, erschafft die Fantasie spannende Welten. Der heutige Fall ist aber nicht aus der Feder von Jussi Adler-Ulsen, Sleek Larsen oder Jon Nesbö entstanden. Er ist genauso im echten Leben passiert und bis heute einer der mysteriösesten Kriminalfälle Norwegens, der große mediale Aufmerksamkeit erregt hat. Viele norwegische Quellen haben wir für diese Folge mithilfe von D-Bell und ChatGBT übersetzen lassen, denn wir haben natürlich alle Fakten nochmal sorgfältig geprüft. Aber ich wollte das an der Stelle einmal erwähnen, weil wir eben kein Norwegisch verstehen und hier eben auf die KI angewiesen waren. Und ja, zum Glück ist das heutzutage alles möglich, denn sonst hätten wir euch nicht so ausführlich von dem Fall erzählen können. Ohne Elisabeth wurde also aus ihrem eigenen Zuhause entführt. An einem ganz gewöhnlichen Mittwoch. Dieser Fall wird noch so einige Twists mit sich bringen. Das können wir euch schon mal versprechen. Aber eins nach dem anderen. Zuerst wollen wir euch ein bisschen mehr über Onne Elisabeth und Tom erzählen, denn das ist ausschlaggebend für den heutigen Fall. Onne Elisabeth und Tom sind beide 68 Jahre alt, als sie entführt wird. Und sie sind kein gewöhnliches Ehepaar. Sie haben etwas, von dem viele Menschen träumen. Und zwar Geld. Die beiden sind ziemlich reich. Steinreich, könnte man sogar sagen. Denn Tom ist einer der reichsten Männer Norwegens, ein Multimillionär. Er hat Anfang der 90er Jahre das Energieunternehmen Elkraft mitgegründet. Der Verkauf von Strom und seine Tätigkeiten im Immobiliensektor sollen ihm laut Spiegel mehrere hundert Millionen Euro beschert haben. Die Schätzungen seines Vermögens variieren allerdings, denn laut dem norwegischen Wirtschaftsmagazin Kapital soll sich sein Vermögen auf 2,6 Milliarden Kronen oder umgerechnet 227 Millionen Euro berufen. Damit war er im letzten Jahr auf Platz 166 der reichsten Menschen in Norwegen. Andere Quellen, wie der Fokus, die schätzen sein Vermögen etwas niedriger, auf 1,9 Milliarden Kronen. Was immer noch ein stolzes Sümmchen von 166 Millionen Euro ergibt. Dafür könnte man sich immer noch eine schicke Privatinsel mit 26 Hektar, einem Yachthafen, einen Hubschrauber-Landeplatz und eine Riesenvilla bei Key Lago in Florida kaufen. Und das gleich zweimal. Der Reichtum wurde Tom aber nicht in die Wiege gelegt. Sogar ganz im Gegenteil. Er wächst in Gran auf. Das liegt eine gute Autostunde nördlich von Oslo. Tom stammt aus bescheidenen Verhältnissen, hat zwölf Geschwister und sich hart hochgearbeitet. Je nachdem, welche Währung man als Grundlage betrachtet, kann man Tom also als Selfmade-Milliardär oder, wie es die deutschen Quellen tun, Multimillionär betiteln. Sein Studium hat er sich mit dem Verkauf von Weihnachtsbäumen und mit Hilfsarbeiten auf Bauernhöfen finanziert. Er und Orne Elisabeth kennen sich schon seit der Studienzeit. Sie haben früh geheiratet, da waren beide erst 19 Jahre alt. Sie lernen sich also fernab dieses großen Reichtums in normalen Verhältnissen kennen. Die beiden bekommen drei gemeinsame Kinder, die mittlerweile erwachsen sind und schon eigene Kinder haben. Orne Elisabeth und Tom sind zum Zeitpunkt ihres Verschwindens seit 49 Jahren verheiratet. Und obwohl sie so unfassbar reich sind, leben sie trotzdem ein bescheidenes und zurückgezogenes Leben. Das zeigt sich auch an ihrem Wohnhaus. Vielleicht denkt ihr an eine Luxusvilla mit unzähligen Schlafzimmern und Badezimmern, die gut abgeschottet, weit entfernt von neugierigen Nachbarn thront. Doch hier trifft das exakte Gegenteil zu. Sie leben zwar schon in einem großen, zweistöckigen Haus, dessen obere Etage mit dunklem Holz verkleidet ist, aber es ist ein eher unauffälliges und bescheidenes Haus. Wir haben euch ein Foto davon in den Shownotes verlinkt. Das Haus liegt in einer ruhigen Wohngegend und hat einen Zugang zu einem kleinen See. In Löhrenskog leben um die 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Drumherum gibt es viel Wald, Bauernhöfe und Weizenfelder. Es gibt keinen Gartenzaun, um das Grundstück zu schützen, nur eine Hecke als kleinen Sichtschutz. Überwachungskameras gibt es auch keine. Und das ist schon sehr ungewöhnlich für eine multimillionenschwere Familie, so gar keine Sicherheitsmaßnahme zu haben. Von außen jedenfalls würde man niemals vermuten, dass hier einer der reichsten Männer des Landes wohnt. Da bleibt sich Tom auch bei der Wahl seines Autos treu. Denn statt eines protzigen Autos fährt er einen grauen Citroën-Picasso-Kombi. Über ihr Privatleben ist nicht so viel bekannt. Seine Frau, ohne Elisabeth, kann man als schöne Dame mit hellbraunem, welligem Haar beschreiben. Sie hat auf dem Foto, das wir euch auch mal verlinkt haben, ein nettes Lächeln auf den Lippen. In einem Spiegelartikel haben wir eine ziemlich treffende Beschreibung gelesen. Da steht, dass ohne Elisabeth aussieht, als könnte sie in einer Grundschule arbeiten. Sie wirkt freundlich und zugewandt. Sie wird von ihren Freunden und der Familie Lisbeth genannt. Da wir aber weder Freunde noch Verwandte sind, nennen wir sie bei ihrem vollständigen Namen, ohne Elisabeth. Sie wächst als Einzelkind auf. Ende der 60er Jahre macht sie ihren Abschluss an der Christlichen Volkshochschule, wo sie Kunsthandwerk und Holzbearbeitung studiert. In dieser Zeit lernt sie dann auch ihren zukünftigen Ehemann Tom kennen, der damals an der Technischen Hochschule studiert. Orne Elisabeth arbeitet später unter anderem als Sekretärin im Büro ihres Mannes und leitet in den 90er Jahren die Kantine im Futurum Business Park. Hier hat Tom ja aktuell auch sein Büro. Jetzt habt ihr ohne Elisabeth und Tom ein bisschen besser kennengelernt. Viel mehr ist ihr auch, wie gesagt, nicht über sie bekannt. Sie sind super reich, leben aber ein bescheidenes Leben und protzen nicht mit ihrem Reichtum. Von Mittwoch, dem 31. Oktober 2018, haben wir euch in der Einleitung schon erzählt. Der Tag ihres spurlosen Verschwindens. Tom findet am frühen Nachmittag den Brief im Hausflur und muss erfahren, dass Orne Elisabeth entführt wurde. Was ist zwischen 9 Uhr, als Tom zur Arbeit gefahren ist, und 13.30 Uhr, als er wiederkam, also passiert? Im Brief steht auch noch mehr. Denn oft werden Personen ja entführt, weil die Entführer im Gegenzug eine hohe Lösegeldsumme fordern. So leider auch hier. Nämlich in Höhe von 9 Millionen Euro. Aber nicht in bar, in einem Geldkoffer, sondern in der Kryptowährung Monero. Und das ist ja eher ungewöhnlich. Im Gegensatz zur eher bekannten Kryptowährung Bitcoin setzt Monero einen stärkeren Fokus auf die Privatsphäre, beziehungsweise Anonymität seiner Nutzer. Daher haben der oder die Entführer sicher diese Kryptowährung gewählt. Wir sprechen übrigens im weiteren Verlauf der Einfachheit halber weiter im Singular, also von einem Erpresser. Obwohl wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, mit wie vielen Leuten wir es hier zu tun haben. Und noch eine Forderung steht im Brief geschrieben. Keine Polizei. Der Entführer wird sonst ein Video veröffentlichen, in dem zu sehen ist, wie Onne Elisabeth stirbt. Ein hohes Druckmittel und furchtbar für Tom zu lesen. Weiterhin ist die Rede davon, dass Tom und seine Familie überwacht werden und dass das Lösegeld exakt 4% seines Vermögens ausmacht. Woher will der Entführer das wissen? Wahrscheinlich daher, weil im Sommer 2018, also ein paar Monate vor der Entführung, ein Artikel in einer norwegischen Zeitung veröffentlicht wurde, in dem es um Tom und sein Vermögen ging. Vielleicht ist der Entführer also dadurch auf Tom und seine Familie aufmerksam geworden. Tom muss sich jetzt entscheiden. Wie soll er vorgehen? Was soll er tun? Entgegen der Drohung ruft er kurz nach dem Fund des Erpresserbriefes, um 14.07 Uhr, die Polizei an. Und die muss nun äußerst vorsichtig agieren. Immerhin haben sie es hier mit einer Entführung inmitten einer superreichen Familie zu tun. Absolute Geheimhaltung ist das Gebot der Stunde. Der Entführer darf auf gar keinen Fall mitbekommen, dass die Polizei involviert ist. Daher fährt die Polizei auch nicht bis vors Haus, sondern parkt in der Nähe einer Tankstelle. Die Fahrzeuge der Polizei bekommen gefälschte Nummernschilder und die Polizisten kommen nur in zivil zum Haus der Familie. Nachbarn in den umliegenden Häusern, die werden unter einem Vorwand befragt. Aber niemand hat irgendetwas bemerkt. Die Beamten können allerdings herausfinden, dass es das letzte Lebenszeichen um 9.14 Uhr gab. Also kurz nachdem Tom zur Arbeit gefahren ist. Ohne Elisabeth hat hier mit einem Familienmitglied telefoniert. Vermutlich mit einem ihrer Kinder. 34 Minuten später, um 9.48 Uhr, versucht ein Nachbar sie anzurufen, weil er etwas in ihrer Küche reparieren soll. Ohne Elisabeth geht hier aber schon nicht mehr ans Telefon. Auch Tom berichtet, dass er seine Frau mehrmals am Vormittag versucht hat anzurufen, um noch etwas für einen bevorstehenden Kurztrip zu klären. Laut eigener Aussage habe er es gegen 10 Uhr und nochmal gegen 12 Uhr probiert. Beide Male nahm sie nicht ab. Gleich zu Beginn der Ermittlungen stufen die Beamten zwei Dinge als ungewöhnlich ein. Erstens, es gibt kein Lebenszeichen von Ohne Elisabeth. Normalerweise versuchen ein Führer ja Druck auszuüben, indem sie zum Beispiel anhand von Fotos oder Videos zeigen, dass das Opfer in größter Not ist. Und zweitens, die Forderung der Lösegeldsumme in einer Kryptowährung. Damit umgeht der Entführer natürlich eine physische Geldübergabe, die immer heikel ist und für ihn schiefgehen könnte. Die Polizei rät der Familie laut Spiegel übrigens davon ab, das Geld zu überweisen. Außerdem sind es im Hinblick auf Entführungen aus wohlhabenden Kreisen eigentlich häufig Kinder, die entführt werden. Das sagt der Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden, Martin Rettenberger, im Zusammenhang mit einem prominenten Fall aus Deutschland, bei dem 2010 die Ehefrau eines Bankiers anführt wurde. Die Kriminalpolizei stellt das Haus der Familie jetzt auf den Kopf und untersucht alles gründlich. Nicht nur das Wohnhaus wird unter die Lupe genommen, auch die Kanalisation und die Umgebung drumherum werden mithilfe eines 3D-Scanners untersucht. Die Beamten finden im Haus keine fremde DNA. Nur die von Tom wird sichergestellt. Aber klar, der wohnt da ja auch. Sie finden zwar eine kleine Menge Blut im Haus, aber ein Polizist entschärft diese Menge damit, dass die nicht auffällig und für einen Haushalt normal sei. Im Badezimmer des Erdgeschosses finden die Ermittler allerdings etwas, und zwar Schleifspuren. Sie vermuten, dass Honor Elisabeth hier überwältigt und weggezogen wurde. Und sie können einen Schuhabdruck der Größe 45 und einen Kabelbinder sicherstellen. Erste kleine Hinweise sind also vorhanden. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir später. Um die Entführung geheim halten zu können, muss Tom übrigens weiterhin zur Arbeit gehen und darf sich nichts anmerken lassen. Keiner darf wissen, dass seine Frau entführt wurde. Fünf Wochen nach der Entführung dann der erste Lichtblick. Die Öffentlichkeit weiß zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, dass die Millionärsgattin Orne Elisabeth entführt wurde. Ein junger Mann gerät in den Fokus der Ermittlungen. Der 29-jährige Gründer eines norwegischen Tech-Startups namens Ole. Ole landet am 6. Dezember 2018 am Flughafen in Oslo. Er kommt gerade von einer Start-up-Konferenz aus Helsinki zurück und läuft nichtsahnend in die Ankunftshalle. Da wird er plötzlich von der Polizei aufgehalten und mitgenommen. Er ist überrascht, macht sich aber keine großen Sorgen. Er hat ja schließlich nicht zu verbergen, denkt er sich. Oder? Ole ist verheiratet und junger Familienvater. Er leitet einen Coworking-Space in Norwegen. Er wird in ein Polizeiauto verfrachtet und aufs Revier gefahren. Ole hat keine Ahnung, warum man ihn mitgenommen hat und worüber er gleich befragt wird. Die Beamten schweigen. Die Befragung dauert gute sechs Stunden. Zunächst wollen die Beamten mehr über sein Leben wissen. Dann wird die Befragung schon spezifischer. Es geht um das Thema Kryptowährung. Ole berichtet der Polizei, dass er sich für Krypto interessiere, privat in Bitcoin investiert ist und einen Krypto-Club an einer Schule leitet. Er gibt bereitwillig Auskunft darüber, wie verschiedene Digitalwährungen funktionieren. Er erinnert sich gegenüber dem Spiegel, das Einzige, was man mir sagte, war, dass es um Leben und Tod gehe. Aber nicht, was ich damit zu tun hatte. Aber wie kommt die Polizei denn überhaupt auf Ole? Ja, im Grunde ist das sogar relativ einfach, denn um mit Digitalwährungen zu handeln, braucht man ein Konto bei einer Kryptobörse. Das Konto des mutmaßlichen Entführers wurde mit einer Mailadresse eingerichtet, deren Benutzernamen aus Oles Initialen und seinem Nachnamen besteht. Außerdem wurde sein vollständiger Name als Kontoinhaber angegeben. Sein Laptop und seine Festplatte werden daraufhin beschlagnahmt und sollen untersucht werden. Ole darf erstmal gehen, doch dann hört er wochenlang nichts mehr von der Polizei. Aber würde ein IT-Profi wie Ole wirklich einen so dummen Fehler begehen und seinen eigenen Namen benutzen? Wohl kaum. Das checkt auch die Polizei ziemlich schnell. Denn die Ermittler finden heraus, dass Oles Reisepass vor einer Weile illegal im Darknet verkauft wurde. Vermutlich wurde sein Pass bei einer Reise durch Asien kopiert und dann verkauft. Ole ist also Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden. Die besagte Mailadresse wurde kurz vor der Kryptokontoeröffnung angelegt und Oles Identität von Cyberdieben missbraucht. Oles Name wird durch den Cybermissbrauch auch noch heute mit dem mysteriösen Verschwinden von Orne Elisabeth in Verbindung gebracht. Ole sagt dem Spiegel dazu, Vielleicht war es Zufall. Vielleicht brauchten die Entführer einfach einen Norweger. Die norwegische Polizei hat später übrigens noch herausgefunden, dass seine Identität auch noch für andere Verbrechen missbraucht wurde. Damit fängt die Arbeit der Ermittler im Grunde wieder ganz von vorne an. Zehn lange Wochen vergehen, ohne dass es ein Lebenszeichen oder neue Meldungen des Entführers gibt. Ohne Elisabeth bleibt verschwunden. Am 9. Januar 2019 entscheidet sich die Polizei dazu, die Entführung bei einer Pressekonferenz öffentlich zu machen, um die Bevölkerung um Hinweise zu bitten. Durch ihren Status als Millionärsgattin bekommt ihr Verschwinden nochmal eine ganz andere Brisanz und Aufmerksamkeit. Ihr Fall beschäftigt viele. Polizisten, Journalisten, Anwälte, die gesamte Öffentlichkeit. Alle schauen auf das mysteriöse Verschwinden von Orne Elisabeth. Anfang Januar 2019, ein paar Tage nach der Pressekonferenz, da veröffentlicht die Polizei Videoaufnahmen einer Überwachungskamera. Ihr erinnert euch bestimmt, dass es am Haus von Tom und Orne Elisabeth ja keine Kameras gibt. Das stimmt auch. Der Ausschnitt, den die Polizei jetzt veröffentlicht, der zeigt die Umgebung draußen von Toms Büro. Er richtet sich auf eine Straße neben dem Firmengebäude, die entlang eines Waldes verläuft. Man erkennt auf den Aufnahmen zwei Personen, vermutlich zwei Männer. Datiert ist die Aufnahme auf den Morgen des Verschwindens von Orne Elisabeth. Zunächst sieht man einen dunkel gekleideten Mann am Waldrand nach rechts laufen. Dann bleibt er plötzlich stehen, macht auf dem Absatz kehrt und geht wieder in die Richtung zurück, aus der er gekommen ist. Circa 24 Minuten später sieht man eine zweite vermummte Person, die das Ganze wiederholt. Sie läuft nach rechts, bleibt stehen und kehrt um. Diese zweite Person wird auf dem Hinweg von einem Fahrradfahrer überholt. Der kann die Person aber später nicht näher beschreiben. Die Polizei spekuliert, dass die beiden Männer wissen wollten, ob Toms Auto schon auf dem Firmenparkplatz steht. Nach kurzem Checken sind sie dann wieder in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Vielleicht wollten sie also sicherstellen, dass Tom schon im Büro und Orne Elisabeth allein zu Hause ist. Eine intensive Suche nach den beiden Männern wird eingeleitet. Ein paar Wochen später, Ende Januar 2019, dann endlich ein Lebenszeichen. Zwar leider wieder nicht von Orne Elisabeth, aber von ihrem Entführer. Nach dreimonatiger Funkstille schickt der Entführer eine Nachricht über eine digitale Plattform. Die Kommunikation läuft über Bitcoin. Und das ist merkwürdig, denn die Lösegeldforderung wurde ja in Monero gefordert. Was genau in der Nachricht stand, das wissen wir nicht. Einen guten Monat später, am 23. Februar 2019, ist ohne Elisabeths Geburtstag. Alle hoffen, dass sie an diesem Tag 69 Jahre alt wird und dass sie noch lebt. Der leitende Ermittler, Tommy Bröske, ist da weniger hoffnungsvoll. Er sagt laut Fokus, wir haben immer mehr Zweifel, dass sie noch am Leben ist. Die Wochen ziehen dahin. Mittlerweile befinden wir uns im fünften Monat der Ermittlungen, im April 2019. Der norwegische Winter hat sich zurückgezogen, sodass die Polizei nochmal das Grundstück und den anliegenden See untersuchen kann. Jetzt, wo der Schnee weg ist und der Boden und See nicht mehr gefroren sind. Unter anderem helfen Spürhunde dabei. Aber keine neuen Erkenntnisse. Wiederum zwei Monate später, im Juni 2019, wird die Suche nach den beiden Männern von den Überwachungsaufnahmen eingestellt. Die Polizei glaubt mittlerweile, dass es doch eher unwahrscheinlich ist, dass sie etwas mit dem Verschwinden zu tun haben. Die Polizei wechselt nämlich die Richtung der Ermittlungen. Sie ändern ihre Hauptannahme. Sie gehen jetzt davon aus, dass sie es mit einer inszenierten Entführung zu tun haben. Warum sie das annehmen, das wollen wir euch gleich erklären. Vorher passiert aber noch etwas anderes. Am 8. Juli 2019, gute sieben Monate nach der Entführung, da meldet sich plötzlich der Entführer wieder. Die letzte Nachricht kam ja im Januar, also vor ungefähr einem halben Jahr. Dieses Mal meldet er sich über eine sogenannte Tor-E-Mail beim Anwalt der Familie, Sven Holden. Tor-Mail war ein Dienst, der einen anonymen Versand von Mails ermöglicht hat. Es handelt sich um eine relativ lange Mail, die in Norwegisch verfasst ist. Sowohl der Inhalt als auch der Schreibstil ähneln dem Drohbrief, den Tom auf dem Stuhl im Flur gefunden hat. Anwalt Sven Holden sagt, dass die Mail Information enthalte, die eigentlich nur der Entführer wissen kann. Und kurzes Sidenote, Sven Holden zählt in Norwegen zu den bekanntesten Juristen des Landes. Denn er gehörte zum Team der Staatsanwaltschaft gegen den Rechtsterroristen Anders Breivik. Vielleicht erinnert ihr euch, das ist der, der 2011 die Anschläge in Oslo und auf ein Zeltlager auf der Insel Utea verübt hat, bei denen insgesamt 77 Menschen ihr Leben verloren haben. In der Mail an den Anwalt wird behauptet, dass Honor Elisabeth noch am Leben sei. Der Entführer verlangt erneut nach Geld, wenn die Familie ein Lebenszeichen von Honor Elisabeth will. Tom entschied sich daher dazu, einen Teil des geforderten Lösegelds zu bezahlen. Nämlich 1,3 Millionen Euro, die er über eine Kryptoplattform an den Entführer überweist. Tom verspricht weitere Transaktionen, sobald er ein Lebenszeichen seiner Frau erhält. Aber alle warten vergebens. Wieder kein einziges Lebenszeichen von Honor Elisabeth. Aber ihr erinnert euch ja sicher noch an den Schuhabdruck und den Kabelbinder, die die Polizei kurz nach ihrem Verschwinden im Haus gefunden haben. Der Schuhabdruck wurde gleich nach dem Fund sämtlichen Behörden in ganz Europa zugänglich gemacht. Und deutschen Ermittlern ist es gelungen herauszufinden, dass der Abdruck zu Schuhen der Marke Sprocks gehört. Solche Schuhe werden bei Sparkjöp verkauft. Das ist sowas wie das norwegische H&M sozusagen. Und der Kabelbinder, der im Haus zurückgelassen wurde, der wurde in China hergestellt und in Norwegen in einer Baumarktkette namens Bildhema verkauft. Sowohl Schuhe als auch Kabelbinder können demnach also in Läden gekauft werden, die es in Norwegen wie Sand am Meer gibt. Wirklich weiter bringt das die Ermittler jetzt also nicht. Sie fragen sich, ob der Kabelbinder versehentlich im Haus vergessen oder absichtlich dort platziert wurde, um den Schein einer Entführung zu warnen vielleicht. Im Oktober 2019, fast ein Jahr nach ihrem mysteriösen Verschwinden, kann die Polizei herausfinden, woher der Umschlag und das Papier des Erpresserbriefes stammen. Und zwar aus der Kette Klaas Olsen. Wieder ein Geschäft, das es massenweise im Land gibt. Alle drei Geschäfte, die mit diesem Fall in Verbindung stehen, gibt es auch in der Nähe des Ortes, in dem Tom und Orne Elisabeth leben. Ende Oktober 2019, genauer gesagt am 25. Oktober, da wäre die goldene Hochzeit von Tom und Orne Elisabeth gewesen. 50 gemeinsame Ehejahre, die die beiden miteinander feiern wollten, und Orne Elisabeth, die ist jetzt seit einem Jahr verschwunden. Eine der Familien nahestehender Personen sagt gegenüber einer norwegischen Tageszeitung folgendes, ich verstehe nicht, warum es so schwierig sein soll, sie zu finden. Keiner hat etwas gesehen, keiner hat etwas gehört. Diese Entführer, die kein Geld wollen und elektronische Kommunikation, die hierhin und dorthin geht und nicht zurückverfolgt werden kann, das klingt für mich sehr seltsam. Sie schaffen es, mit zehn Männern auf dem Mond zu landen und sie schaffen es, auf den Grund des Ozeans zu gelangen, aber das können sie anscheinend nicht zurückverfolgen? Damit spricht die Person aus, was wohl viele denken. Warum gibt es keine heiße Spur? Warum kann sie nicht gefunden werden? Am Jahrestag ihres Verschwindens sagt der Familienanwalt Sven Holden, die Familie hofft, weiß aber nicht, ob Orne Elisabeth weiter am Leben ist. Es naht das zweite Weihnachtsfest, ohne Orne Elisabeth, im Kreise ihrer Familie. In ihrem Zuhause leuchtet ein weißer Weihnachtsstern, ganz allein im zweiten Stock des Hauses. Die Polizei beginnt nun damit, nicht mehr nach einer lebenden Person, sondern nach einer Leiche zu suchen. Chefermittler Tommy Brösk gesagt, dass das Fehlen einer Leiche immer eine Herausforderung für die Ermittlungen in einem möglichen Mordfall ist. Weihnachten zieht vorbei und das neue Jahr 2020 wird eingeläutet. Die Ermittler glauben übrigens mittlerweile, dass die Mail aus dem Darknet an Anwalt Sven Holden nur als Ablenkungsmanöver dienen sollte. Ihr Verdacht rückt zunehmend in eine ganz bestimmte Richtung. Es ist Mitte April 2020. Der Ausbruch der Corona-Pandemie beschäftigt die ganze Welt. Zwei Polizeiwagen halten ein Auto an. Die Beamten steigen aus und marschieren auf den Fahrrad zu. Der denkt sich nichts dabei. Vielleicht führen die Beamten eine Fahrzeugkontrolle durch. Die aber drücken ihm ein Dokument in die Hand. Das Dokument symbolisiert die überraschende Wendung im Fall. Anderthalb Jahre nach dem Verschwinden. Der Fahrer schaut sich das Dokument genau an und ist von dem Vorwurf, der dort steht, geschockt. Man wirft ihm Mord bzw. Beihilfe zum Mord vor. Am 28. April 2020 wird der Fahrer des Wagens auf dem Weg zur Arbeit unter Tatverdacht verhaftet. Der Fahrer des Wagens ist Tom, ohne Elisabeths Ehemann. Und das ist nicht nur für ihn ein großer Schock, sondern natürlich auch für sein Umfeld. Eine Freundin von Orne Elisabeth, die aber anonym bleiben möchte, die reagiert gegenüber der Zeitung Tagblagget entsetzt. Sie sagt, Toms Bruder sagt gegenüber dem norwegischen Sender TV2, Laut der norwegischen Zeitung VG soll die Polizei schon seit Monaten heimlich gegen Tom ermitteln. Sie haben sogar sein Haus verwanzen lassen, seine Telefonate abgehört und seine Autofahrten mittels GPS verfolgt. Auch ein verdeckter Ermittler wurde auf Tom angesetzt. Kurz nach der Verhaftung untersuchen Kriminaltechniker noch einmal das Familienhaus und Toms Arbeitsplatz. Die Polizei hat jetzt natürlich einige Fragen an Tom. Warum befindet sich seine DNA unter dem Klettverschluss von Orne Elisabeth Sandale? Warum weist eines seiner Hemden winzige Partikel des biologischen Materials von Orne Elisabeth auf? Die gleichen Partikel wurden laut VG auch auf dem Abdruck des Schuhs vom Tatort gefunden. Verdächtig finden die Ermittler auch, dass sich Tom vor wenigen Wochen ein neues Auto zugelegt hat, einen Ford Cougar. Sie vermuten schon länger, dass Orne Elisabeth mit einem Auto entführt wurde. Wollte er das alte Auto daher loswerden? Die Ermittler sind schon seit Monaten auf der Suche nach einem möglichen Fluchtfahrzeug. Sie haben tausende von Stunden Videomaterial von umliegenden Überwachungskameras ausgewertet. Auf verpixelten Überwachungsbildern sind die Scheinwerferlichter eines Autos zu sehen, das am Tag ihres Verschwindens kurz vor 9 Uhr auf dem Weg hinter dem Haus langgefahren ist. Das Auto des Entführers? Im alten Auto von Tom haben Kriminaltechniker verdächtige Spuren im Kofferraum gefunden. Vorläufige Untersuchungen deuten darauf hin, dass es sich um Blut handeln könnte. Die Polizei bittet also Experten, das Blut genauer zu untersuchen und mit Personen aus dem Umfeld von Orne Elisabeth abzugleichen. Also auch mit Tom. Was da rauskommt, dazu gleich. Der Familienanwalt Sven Holden lässt den Vorwurf gegenüber Reportern zurückweisen. Er sagt, Tom hält nachdrücklich daran fest, dass er damit nichts zu tun hat. Vielleicht hat der ein oder andere True-Crime-Fan unter euch gerade auch schon den Gedanken gehabt, den Krimi-Autor und Ex-Kommissar Jörn Leerhorst laut ausspricht, denn er wird vom Fokus so zitiert. Statistisch gesehen ist der Ehemann am häufigsten der Täter, wenn die Ehefrau verschwindet. Aber die Indizien reichen nicht aus, um Tom länger festzuhalten und ihm ein Verbrechen nachzuweisen. Ein Gericht in Oslo ordnet seine Freilassung an, sodass Tom, der gerade noch als Mordverdächtiger verhaftet wurde, schon nach elf Tagen aus der U-Haft entlassen wird. Die Spuren in seinem Kofferraum waren nämlich beispielsweise doch kein Blut. Außerdem hat Tom für die Zeit des Verschwindens seiner Ehefrau ein Alibi, denn er war ja im Büro seiner Firma. Für die Beamten schließt das aber nicht aus, dass er jemanden für die Entführung seiner Frau engagiert haben könnte. Jedoch können sie ihm auch das nicht nachweisen. Die Skepsis der Polizei gegenüber Tom aber bleibt. Nur wenig später, Anfang Mai 2020, nimmt die norwegische Polizei einen anderen Mann fest. Der ist in seinen 30ern und wird von der Presse der Kryptomann genannt, weil er über ausgeprägte IT- und Krypto-Kenntnisse verfügt. Reporter der Zeitung Verdins Gang haben in einem Webforum verdächtige Einträge des Mannes gefunden. Er soll sich dort über nicht nachvollziehbare Kryptowährungen ausgetauscht haben. Offenbar auch im Zusammenhang mit kriminellen Handlungen. Die Polizei verdächtigt ihn, Tom bei der Entführung und mutmaßlichen Ermordung seiner Frau geholfen zu haben. Ihr merkt schon, obwohl die Polizei nichts gegen Tom in der Hand hat, kann sie sich nicht so richtig von ihrer Theorie loslösen, dass er irgendwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte. Der Verdächtige streitet jedoch alles ab und so wird auch der Kryptomann nach einem kurzen Besuch auf dem Polizeirevier wieder freigelassen. Einen Monat später, im Juni 2020, tauchen plötzlich ziemlich interessante Dokumente auf. Dokumente, die vielleicht Aufschluss geben könnten, warum Orne Elisabeth verschwunden ist. Die Polizei findet nämlich Scheidungspapiere, unterschrieben von Orne Elisabeth, datiert auf mehrere Jahre vor ihrem Verschwinden. Sie soll in persönlichen Notizen niedergeschrieben haben, dass sie schon seit Jahren in einer turbulenten Ehe lebt. So berichtet es die Zeitung VG. Der Verdacht der Ermittler erhärtet sich. Hat Tom die Entführung seiner Frau nur vorgetäuscht? Er soll in Wahrheit ihre Ermordung in Auftrag gegeben haben oder anderweitig an der Tat beteiligt gewesen sein. So die wilde Theorie, die hierzulande auch von Spiegel und Stern publiziert wird. Auch Chefermittler Tommy Bröske kommentiert, dass sich der Verdacht gegen Tom im Laufe der Zeit schrittweise erhärtet hat. Das Motiv, das hinter der Tat vermutet wird, sehen die Beamten in der hohen Geldsumme, die Orne Elisabeth im Fall einer Scheidung bekommen hätte. Das ist natürlich ein echt krasser Vorwurf und wäre eine skandalöse Wendung in diesem Fall. So ein Verdacht sorgt für eine große Aufmerksamkeit in den Medien. Im Falle einer Scheidung würde das Familienhaus in Löhrenskog laut Ehevertrag an Tom überschrieben werden. Der Ehevertrag soll aber so unausgewogen sein, dass ein Gericht den im Falle einer Scheidung außer Kraft gesetzt hätte und Orne Elisabeth dadurch hunderte Millionen erhalten hätte. Tom sagt dazu, dass es ihm egal wäre, Orne Elisabeth im Falle einer Scheidung Geld geben zu müssen. Reichtum und sein Status seien ihm nicht so wichtig. Er sagt weiter, dass er nichts von den Scheidungspapieren wusste und dass sich Orne Elisabeth nicht von ihm hätte scheiden lassen wollen. Einem Bericht des norwegischen Rundfunks NRK zufolge soll Orne Elisabeth aber im Falle einer Scheidung keinen Anspruch auf das Vermögen ihres Mannes gehabt haben. Ihr hätten dann laut Ehevertrag nur ein Grundstück, eine verhältnismäßig bescheidene Summe Geld und ein Auto zugestanden. Letztendlich reichen aber auch diese Scheidungspapiere und eine mögliche Stange Geld für Orne Elisabeth nicht als Motiv aus, um Tom strafrechtlich zu verfolgen. Die Familie glaubt auch nicht daran. Sie legt zum Beispiel handschriftliche Geburtstagskarten von Orne Elisabeth vor und da gratuliert sie ihrem Mann zum Beispiel zum 67. Geburtstag und schreibt, dass sie ihn liebt und dass das Leben ohne ihn hart und schwierig gewesen wäre. In einer Karte zum Hochzeitstag schreibt sie, dass sie hofft, dass Tom nicht das Gefühl hat, die gemeinsame Zeit sei vergeudet worden. Sie hoffe aber auch, dass sie in drei Jahren ihre goldene Hochzeit feiern können. Die Karte endet mit den Worten Ich liebe dich sehr. Am nun schon zweiten Jahrestag, also dem 31. Oktober 2020, des Verschwindens seiner Frau, meldet sich Tom zum ersten Mal öffentlich selbst zu Wort. Er gibt dem norwegischen Rundfunksender NRK ein seltenes Interview. Er beschreibt Orne Elisabeth als fantastischen Menschen, sehr nett und fürsorglich. Sie sei immer gut zu ihm und er war sehr glücklich über sein Leben mit ihr. Er erzählt, dass es zwei schwierige Jahre waren, die eine große Lehre ohne seine Orne Elisabeth hinterlassen haben und dass er sie ja jeden Tag vermisse. Er weist alle Vorwürfe gegen sich zurück, und erzählt von einer guten Ehe. Natürlich gäbe es in jeder Ehe auch mal schwierige Phasen, da sei ihre nicht anders. Der Journalist fragt ihn ganz direkt, haben sie es getan? Und Tom antwortet, nein, habe ich nicht. Der Journalist fragt weiter, waren sie an ihrem Verschwinden beteiligt? Und Tom erwidert, nein, auch nicht. Er wirkt traurig und hat Tränen in den geröteten Augen. Er liest vor laufender Kamera auch laut aus dem Erpresserbrief vor. Er sagt, wir haben ihre Frau Orne Elisabeth. Wenn sie sie wiedersehen wollen. Tom hält da abrupt im Satz inne, kann nicht weiterlesen. Er bricht in Tränen aus und bricht das Interview ab. Die Polizei lässt hingegen nicht locker und deckt eine nicht unwichtige Kleinigkeit auf. Tom soll sich ein paar Monate vor dem Verschwinden von Orne Elisabeth im Sommer 2018 mehrmals mit einem Experten für Kryptowährung getroffen haben. Und wir erinnern uns, das Lösegeld, das wurde ja in Form einer Kryptowährung gefordert. Ist das ein Zufall? Die norwegische Polizei will den Fall unbedingt aufklären. Sie bekommen über tausend Hinweise. Sie ermitteln sogar im Ausland mithilfe von Interpol. Der Erpresserbrief war ja in gebrochenem Norwegisch geschrieben. Sie checken also akribisch nochmal jedes Indiz, folgen jeder, wenn auch noch so kleinen Spur. Die Ermittler haben beispielsweise sogar Kuhmist an Papiertüchern im Müll der Familie gefunden. Daher werden sämtliche Bauernhöfe in der Umgebung unter die Lupe genommen. Aber ohne Erfolg. Alles ist noch genauso mysteriös wie am Tag ihres Verschwindens. Erst vor kurzem, am 25. April 2024, hat die norwegische Polizei verkündet, dass die Ermittlungen gegen Ehemann Tom abgeschlossen seien. Es gibt einfach keine Beweise auf seine Tatbeteiligung. Sie empfiehlt der Staatsanwaltschaft in Oslo, das Verfahren gegen ihn einzustellen. Obwohl Tom nach zwei Wochen U-Haft ja wieder freigelassen wurde, galt er trotzdem weiterhin als Verdächtiger. Die Staatsanwaltschaft hat sich, Stand Mitte Mai 2024, noch nicht zur Empfehlung der Polizei ausgesprochen. Die Kinder von Orne Elisabeth und Tom haben stets zu ihrem Vater gehalten und glauben an seine Unschuld. Ebenso auch Freunde und Familie. Sie alle kritisieren die Anschuldigung der Polizei und ein Freund von Tom sagt gegenüber dem Nachrichtensender TV2, dass Tom in den letzten fünf Jahren durch die Hölle gegangen sei. Wenn Tom unschuldig ist, was er zum jetzigen Zeitpunkt ja ist, dann muss es wirklich furchtbar sein, bei der Trauer um die eigene Ehefrau auch noch so furchtbaren Anschuldigungen ausgeliefert zu sein. Bis heute ist unklar, was sich genau im Haus der Familie am 31. Oktober 2018 abgespielt hat, was mit Orne Elisabeth passiert ist, wo sie ist und ob sie wirklich tot ist oder noch lebt. Der oder die mutmaßlichen Entführer haben ja nie ein Lebenszeichen von ihr präsentiert. Kriminologen finden das ziemlich untypisch in solchen Entführungsfällen. Ein Tatort ohne fremde DNA-Spuren und Erpresser, die sich nicht so richtig um das Lösegeld bemühen. Das macht den Fall unter anderem so seltsam. Tom wird in einem Interview mit NRK gefragt, ob er glaubt, dass er seine Frau jemals wiedersehen wird. Er antwortet darauf, Der Glaube ist stark, aber ich bin Realist und ich beginne zu verstehen. Ich realisiere, dass das nicht geschehen wird. Es gibt übrigens auch, angelehnt an diesem Fall, eine Netflix-Miniserie aus dem Jahr 2022, die heißt Verschwunden in Löhrenskog. Ein rätselhaftes Verbrechen, das vor allem Norwegen bis heute, also auch noch fünf Jahre später, beschäftigt. Der Spiegel fragt sich, ob Tom ein genialer Verbrecher ist, der den perfekten Mord beging, oder ob er ein Justizopfer ist, das nicht nur seine Frau verloren hat, sondern auch noch zu Unrecht von der Polizei verfolgt wurde. Krimi-Autor und Ex-Kommissar Jörn Lierhorst, den wir vorhin schon mal kurz erwähnt haben, der sagt gegenüber dem Spiegel, was die Täter nicht voraussehen können, ist der technische Fortschritt. Vor allem in der digitalen Welt ändern sich die Dinge schnell. Das haben wir auch schon öfter mal in Folgen besprochen, dass manchmal noch Jahre später Täter überführt werden konnten, weil sich die Möglichkeiten einfach zunehmend verbessert haben. Und hoffentlich wird das auch eines Tages in diesem Fall so sein. Und mit diesem Satz schließen wir die schwarze Akte für heute und bedanken uns bei euch allen, dass ihr zugehört habt. Sonst könnten und wollten wir das auch gar nicht machen. Also vielen, vielen Dank dafür. Und wenn euch das gefällt, was wir hier für euch jeden Dienstag produzieren, dann würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Gerne hier bei Spotify natürlich oder bei Apple Podcast. Und wir freuen uns auch immer über Nachrichten. Bei Instagram zum Beispiel, da heißen wir schwarze Akte. Schreibt uns doch gerne. Und ansonsten hören wir uns, das wisst ihr doch längst, jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts, Anne Lugmann und Patrick Strohbusch. Redaktion und Schnitt, Anne Lugmann. Intro und Trainer gesprochen von Pia Rohnersachse. Producer, Heiko Schulte. Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020